Hallo, Kunstdünger führt zu Bodenunfruchtbarkeit und warum das so ist, nachzulesen auf der Seite 80.3. Das hier sind unsere Humuspartikel, unser Erdboden. Den habe ich einfach mal so dargestellt, der ist in Form von relativ groben Krümeln oder Körnern vorhanden. Und wenn da mal ein Windstoß kommt, dann fliegen natürlich ein paar Partikel weg. Aber dadurch, dass die relativ grobkörnig hier sind, sind die relativ schwer und fliegen dann nicht einfach so weg. Wenn wir da jetzt Kunstdünger draufpacken, dann hat das den Effekt, dass diese Humuspartikel wesentlich kleiner werden und auch wesentlich leichter. Und wenn jetzt ein Windstoß kommt, dann fliegen die weg. Und wir haben ja gelernt, dass Humus eigentlich ganz gut für unsere Pflanzen ist und wenn der jetzt weg ist, dann wird unser Boden immer unfruchtbarer. Und das bedeutet für uns, wenn wir nicht weiter Kunstdünger auf unsere Fläche machen, dann können wir überhaupt nichts mehr anpflanzen, weil der ganze Humus, der das eigentlich erledigen würde für uns, der ist ja weggeflogen oder fliegt immer wieder weg. Und deswegen führt Kunstdünger zu Bodenunfruchtbarkeit. Das war ein kurzes Thema, das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Schauen. Oh, aber eine Sache muss ich am Ende noch einfügen. Ihr dürft dieses Video hier nicht falsch verstehen. Das ist nicht die einzigste Auswirkung von Kunstdünger, sondern das ist nur die Auswirkung, die in diesem Buch hier vorgestellt wurde. Es gibt natürlich noch andere Auswirkungen und viele andere Sachen, aber das ist eben eine Sache, die passiert. Gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Schauen.